Und was müssen wir noch mal mit dem Ding machen? Das ist aber gerade nicht krass. Da an die Beile, wir müssen... Ja, hab ich da gesagt. Das war ein Feuerkopf. Oh, da vorne liegt was. Ähm... Hier, das Ding. Hier, das Ding. Oh. Oh! 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 Das Ding lebt doch noch. Oh! 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 Oh... Oh! Ich bin hingeschossen Oh ne, ich guck auch noch mal Okay, ich guck auch noch mal Ja, man weiß ja nie Ich glaubste doch mal selber nicht, Alter Da war am Anfang eins der Betrieb für uns Das war's Oh nein, ich seh, ja Verdient Also hat er verdient, ey, ernst ehrlich Aber das Blut, ähm Ähm Ah, das Umbrella im Blumen war, Leonard Sieht aber eher wie das, ähm Also ne Kreuz irgendwie, finde ich Für meine Schwester Ja Na los Auf zum Hubschrauber 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 Oh, ich hab den Geht näher Oh Ups Da passiert doch gleich was Ist das Adas? Hm Hm Leon, das sind Beweise für Simons Schuld Und somit für Ihre Unschuld Unsere Unschuld Ich brauch das nicht Helena Gute Nachrichten, Leon Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen Wir kommen zurück Bis später Dann los Was ist das? Was ist das? Es lebt ja noch Was ist das? Ja, das wäre es Was ist das? Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das ist die Escape-Taste Ich kann wirklich nichts Geht nicht Tah betrachten Ich bin ein ZWEG Dann Ich bin ein Sech Ich bin Unbekannte Ich bin Ich bin Yusufu Mi, Yusufu Mi, Alter, das hört sich so, was soll zu machen Hiroshi, Yokiyo, Yoshigai Kako Royoto, Miwa, Kazumasa, Kaisako, Motomisha, Mikako, Gokoshi, Yuniruko Ey, wenn da jetzt so Lennart Misako kommt jetzt Kaiichi, Sato, Sotoma, Ion, Alter, was für japanische Namen, Alter Tomonori, Alter Soll ich mal Zwecki anrufen? Warum? Einfach nicht Warum? Ist ja genauso wie du, wenn du irgendwas isst Ne, er ist genauso wie Jonas, der dann wahrscheinlich ausrasten wird Oh Ja Nicht dein Ernst Ist auch nicht mein Ernst aufgenommen Ne, lass mal Warum kann man das nicht überspringen? Was? No Was? Geht Gw Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, an dem Spiel soll irgendwie 600 Leute oder so dran gearbeitet haben. 600 Leute an einem Spiel. Sie haben drei neue Gegenstände, okay, zeig mal. Bist du da schon raus? Ja. Warum bist du schon fertig? Sehr, Leonard. Aber ist das Spiel beendet, ganz einfach? Nee. Hä? Nee, Leonard, ich bin einfach nur, sagen wir mal so... Ähm, äh, der Steam-Overlay. Ach so. Ja. Weil du ein Hardlair bist. Lenny Hardlair. Oh, Leonard ruft an. Warte mal. Ja, hallo? Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ich rufe zurück hier an. Nee, mach nicht. Hoffentlich hat er sich erschrocken. Das erschreckt sich. Genau. Nee, du ärgerst ihn, glaube ich, ziemlich dolle, jetzt, wenn er... Pfff. Der muss ja irgendwie treffen, ja? Der muss ja seinen Tank ausführen und... Und zielgenau treffen. Und wenn du ihn jetzt anrufst, dann hat er, glaube ich... Ruf mal Zweckgeber-Whatsappern. Ja. Hast du noch Bock auf The Forest? Äh, hab ich nicht installiert. 1,3 Gigabyte, Leonard? Nee. Nee, lieber nicht. Und das war, das war die erste Kampagne. Ich bin mal jetzt nicht die zweite, oder? Würde ich sagen, heute nicht. Also heute. Heute, ja, Leonard? Achso, ja, später. Sonst hast du nicht dieses Feeling, wenn du alles hintereinander wegspielst, würde ja irgendwann langweilig. Obwohl, neue Kampagne macht wieder mehr Bock. Aber... Oh, Alter, wenn mal diese... Credits hier fertig werden. Oh, Alter. Wie steht das? Alter.